So Leute, und weiter geht's mit den beiden letzten Rennen. Das ist einfach dein Rennen. Das ist gut. Im letzten Rennen haben wir ja den Sack zugemacht, aber ist ein Titel schon gesichert. Weißt aber nicht, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann. Nee, nee. Ich will mehr. Ich will mehr. Ja, noch 21 Tage. Okay, dann kommt Formel 1 2012 raus. Ich bestelle mir schon mal vor. Mal geht's weiter mit den Let's Play Video, sobald ich von mir. Das war mal so ein bisschen zu streng abgekürzt. Okay, sobald ich dazu. Okay. Untertitelung. BR 2018 Man, 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 a tu są na przytępie. Physics Inny W zespół Du kannst jetzt DRS verwenden. Ups, da hab ich wohl ne Pinohne mitgenommen. Ja, ein bisschen schlecht geballt ist aber. Naja. Ich finde die Strecke sehr schön eigentlich. Bisschen leer aber sehr schön gemacht eigentlich. Besonders die Kuppel hier. Für den Farbwechsel. Soll ich mich ein bisschen konzentrieren. Jungen. Ich habe gewonnen. Das hätten wir schon mal in der Tasche. Jetzt kommt das nächste Rennen. Ja, ich weiß. Ja, ist ja gut. Dann bis zum nächsten Rennen in Brasilien. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.